Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind heute auf der BOT 2023 und das ist die größte Bootsmesse der Welt. Und wir sind das erste Mal als Presse hier drin, wir zwei. Ja, und deswegen ist auch, wie man vielleicht im Hintergrund sehen kann, noch alles verhangen. Das kennen wir selber nicht so, wir waren schon zweimal hier. Aber ja, so sind wir es halt auch nicht gewohnt. Nee, definitiv nicht. Ist das anders? Ja, ist total anders und ich finde es mal interessant. Ja, das muss alles ausgepackt werden noch vor 10 Uhr. Ja, und wie genau, und wie es genau hier aussieht und was es hier so alles gibt, dabei nehmen wir euch jetzt mal mit. Genau. Wir haben mal kleinere Boote, aber meine Frau möchte natürlich so den Riesendingern. Ich möchte jetzt, wo noch nicht geöffnet ist, einfach zu den Jachten. Genau, die sind in Halle 6, wir sind in Halle 9. Die gehen wieder an die Decke. Ja, und schauen wir mal. Wir sind jetzt in Halle 10 und in Halle 10 dreht sich alles um Motoren. Navigation, Technik, UKW-Funk. Und wir laufen jetzt einfach mal durch. Baba. Wir sehen. Ich möchte nach wie vor in die Halle 6. Ja, wir gehen jetzt auch in die Halle 6. Wir gehen hier raus, da vorne durch. Und Leute, ihr müsst wirklich mal auf die Boot gehen. Ich weiß, unser Kanal dreht sich eigentlich hauptsächlich ums Thema Camping. Aber da wir natürlich auch ein Boot besitzen, auch wenn es ein sehr kleines Boot ist, aber egal, gehen wir schon seit Jahren auf die Boot. Und egal, ob man selbst Bootsliebhaber ist, einen Bootsführerschein hat oder nicht. Das, was hier geboten wird, was hier ausgestellt wird, die Yachten und so weiter und auch Wassersport. Und guckt euch dieses Video ruhig gerne bis zum Ende an, auch wenn ihr nichts mit dem Thema Boot anfangen könnt. Denn das, was ihr hier seht, ist wirklich gigantisch. Aber sowas von, weil wir kommen ja noch zu den ganz großen Yachten. Ja, da will ich als erstes immer noch hin. Da gehen wir jetzt als erstes hin in die Halle 6. Es ist einfach überwältigend, so etwas mal mit eigenen Augen zu sehen, wenn sowas nicht im Wasser liegt. Ja, und ihr dürft da nämlich auch überall rein. In den manchen Yachten natürlich eine Million Yachten. Die ganz großen, da müsst ihr euch vorher anmelden mit Adresse etc. auf einem Zettel. Da kriegt ihr auch dann um eure Schuhe herum extra solche Schutzfolien. Da gibt es ja Menschen, denen diese Yachten und Boote gehören, die die für diese Messe zur Verfügung stellen. Und die wollen das Ding natürlich zurückhaben in ganzen Stücken und ordentlich, anständig und sauber. Ja, auf alle Fälle. Ich meine, so ein Ding kostet ja nicht gerade mal 50.000 Euro wie ein Wohnwagen in der heutigen Zeit. So viel kostet vielleicht die Unterhaltung in einem Monat oder so. Keine Ahnung. Also Boot fahren und Camping, das funktioniert wirklich. Wir haben es ja gelebt, wir leben es ja immer noch. Gut, wir müssen jetzt ein bisschen umorganisieren mit Wohnmobil, Wohnwagen, kein Auto mehr und so. Aber spielt ja mal im ersten Moment keine Rolle. Genau. Es ist einfach sehenswert, das hier. Und auf dem Weg zu Halle 6. Leute, ich schwöre es euch, wir haben minus 5 Grad, glaube ich, im Moment. So ungefähr? Ja. Klingt sich an wie minus 20. Guck mal, ich kann rauchen ohne Zigarette. Das konnte man sogar im Shuttle busken. Ja, der Shuttle busken auch. Der war auch noch nicht warm. Puh, mir ist kalt. Und wir gehen jetzt erstmal in die Halle 5, weil wir müssen auch noch in die Halle 6. Da gehen wir am besten durch die Halle 5, das ist nämlich wärmer. Und da stehen schon etwas größere Bötchen, Schatzi. Ey, das wird mir sogar... Soll ich dir mal die Tür öffnen? Oh, das wäre super. Also diese Bötchen an Wilma, nee, das funktioniert auch nicht, die sind zu groß. Dankeschön. Und hier fängt es schon an, sehr luxuriös zu werden, muss man sagen. Ist noch ein bisschen verpackt, kommt nachher alles raus. Aber ihr habt keine Ahnung, was sowas kostet. Ich glaube, das hier so bestimmt 300.000, 400.000, wenn es reicht. Steht kein Preis drauf. Ist schon edel, sowas. Komm, wir gehen mal gucken, komm, wir gehen mal gucken, was sowas kostet. Davon, was ein Preisschild. Nix für unseren Geldbeutel. Kostet, kostet, kostet nix. Ja, steht zwar. 155.900 Euro, Leute. Starting Price, ne? Und dann soll noch mal einer meckern über die Caravanpreise, ne? Ganz ehrlich, Boot ist Luxus. Eine Weltpremiere haben wir hier, 2023, die Antonior Yachts. Richtig schönes Bötchen. Und, Leute, bekommt ihr jetzt schon so einen Eindruck davon, wie groß das ist, wenn ich da daneben stehe? Ja. Wenn es im Wasser liegt, sieht es kleiner aus. Das ist richtig. Und, wenn wir mal rumgehen, ist das ein Teil, ey. Das ist jetzt nur so ein bisschen. Wird noch ein bisschen dran gearbeitet. Macht schon echt Eindruck, ne? Ja, macht Eindruck, Schatzi. Wenn wir das hinter Wilma herziehen würden, dann wären wir der King auf der Straße. Okay, das kriegt Wilma nicht gezogen, nein. Nee, definitiv nicht. Das würde mir aber auch reichen. Hier, guck mal. Da ist es. Würde dir reichen? Ja, nee, ist klar. Ich bin nicht so anspruchsvoll wie du. Ey, guck mal, dieser Anker. Ja. Oder? Das ist doch riesig. Ja. Naja, riesig, nicht gerade? Ja, doch. Gut, gegen unseren Anker ist der Rieger. Sie haben ja nicht nur einen Anker, da hinten ist ja sicher noch einer. Nee, glaube ich nicht. Ah, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, doch, doch. Hier ist auch wieder so ein Mini-Anker. Ja gut, für dieses Riesenboot, ja, ist das ein Mini-Anker. Ja. Das stimmt. Und hier auch eine Neuheit, DB37. So, und jetzt guckt euch mal dieses Ambiente an. Jemand, der den Caravansalon kennt und dann hier sieht, wie das aufgebaut ist, wie das angerichtet ist, ja. Da ist das Auge mit. Und wir gehen da einmal hoch, weil hier, liebe Zuschauer, das ist wirklich Geld, das ist exklusiv. Das ist wirklich ein bisschen anders als der Caravansalon. Und wir werden... Eigentlich ist, also die Boote ist schon der Hammer, das ist so ein kleines Tauchding, da könnt ihr schnauschen oder tauchen damit, total cool. Und da haben wir eine schöne Lunch, also für die, die jetzt hier so ein Boot kaufen möchten. Also das Ambiente ist ein ganz anderes als auf dem Caravansalon. Und hier, das kostet 5.879 Euro. Als Rate monatlich, oder was? Ja, das ist die monatliche Rate. Dieses Boot kostet nämlich hier 989.299 Euro. Und klar, habe ich direkt auf meinem Konto. Passt, alles super. Also die Leute sagen dann jetzt, warum sind die da, ne? Also wir finden es einfach nur geil. Man muss es einfach mal gesehen haben. Weil als normalsterblicher normalerweise wirst du sowas nie besitzen müssen. Schaut euch das mal an. Herrlich, oder? Also je weiter wir kommen, desto größer wird es, ne? Und da drüben, da ist Halle 6. Da ist Halle 6. Da sollen die Riesenmonster stehen. Willkommen in Halle 6. Die Halle 6 ist das Luxuriöseste, was es hier auf der Messe gibt. Guck dir das mal an. Das sieht man schon hier oben. Das ist mal ein ganz anderes Bild, aber da werden wir erstmal hier rumlaufen, Schatzi. Ja. Heidewitzker stehen hier Fahrzeuge. Entschuldigung. Heidewitzker stehen hier Boote. Guck dir das mal an. Also das ist ja Wahnsinn. Ich muss da mal ganz kurz hoch, damit ihr das Ganze mal so ein bisschen augenscheinlich habt. Ich werde jetzt nicht auf dieses Boot gehen. Wir gehen jetzt hier erstmal zig Treppen hoch und dann schwenke ich mal die Kamera für euch. Und ey, das ist ja Wahnsinn. Es ist schon beeindruckend. Die 68, die bringt mir immer Glück. Da fällt noch eine 1 vorne dran. Und hei, 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 hei. Und das ist das Ambiente, was ich hier so liebe. Was ich einfach nur geil finde, davor zu stehen und das einfach mal zu sehen. Das ist ja, stellt euch das Ganze vor, das meiste davon liegt ja normalerweise im Wasser. Kriegt ihr gar nicht zu sehen. Und das ist es, was es ausmacht, hier einfach mal hinzukommen. Richtig. Wir haben jetzt die Erlaubnis, auf das größte Schiff der Messe zu gehen. Und das ist die Meros Signatur. Und das ist ein riesen... Ich glaube, das sagt man Signature. Oder Signature, ist mir egal. Ich bin ja eher... Hier reden auch tatsächlich viele nur Englisch. Ja, ganz klar. Und da wollen wir mal ganz kurz drauf gehen. Das ist also schon echt heftig. Jetzt können wir mal ganz kurz die Kamera. Hier ist die Manhattan 68, die Manhattan 55. Und... Also hier steht auch generell Security, die aufpasst. Ja. Weil hier machst du nicht nur, weiß ich nicht, 2000 Euro kaputt. Da kannst du ein paar Nullen dranhängen. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen mal auf das größte Schiff auf dieser Messe. So, wir haben jetzt einfach mal die Schuhe ausgezogen. Ja, geht es ein bisschen schneller. Ich musste die Jacke ausziehen. Und... Also, Löscher in den Socken wäre jetzt scheiße, ne? Ja, das wäre blöd. Allein schon Schiffsboden. Das ist richtiger Schiffsboden, Freunde. Und wir gehen mal die Treppe hoch. Das ist echt der Hammer. Luxuriöser geht es nicht. Also das ist jetzt mal die Roomtour einer etwas anderen Art. Das ist eine andere Roomtour, genau. Ein richtig großer Tisch. Das ist Hammer, ja. Ja, ihr seid mitten auf dem Meer, seht ihr Delfine oder sowas. Das ist einfach nur genial. Und wenn wir uns alleine in dieses Wohnzimmer reinbegeben... So, allein das Wohnzimmer ist schon größer zu Hause bald, ne? Also das macht schon echt was her. Also muss ich sagen. Das ist Wahnsinn. Also sowas zu sehen, das ist... Ich nehme mal die Kamera weiter mit. Dann führe ich euch mal hier kurz durch. Machen wir uns mal so ein bisschen schnell Durchlauf. Und ihr könnt hier überall hin. Hier die Treppe zum Beispiel hoch. Hammer. Und da seid ihr dann hier direkt... am Steuerstand. Da fühlst du dich wohl, ne? Da fühle ich mich wohl. Aber die Abmessungen hier, die sind schon ein bisschen krank, muss ich ehrlich sagen. Also das muss gelernt sein. Und natürlich haben wir hier oben auch nochmal einen Sonnendeck. Da gehen wir hoch, weil hier haben wir nämlich noch einen weiteren Steuerstand. und können praktisch auch hier an der frischen Luft uns einfach mal hinsetzen und können mal so richtig schön übers Meer cruisen. Die sind total cool, muss ich sagen. Wird mir selber echt gut gefallen, aber... Und Leute, schaut euch mal die Aussicht an. Von hier oben. Ist das nicht geil? Das ist der Hammer, ne? Ja, das ist einfach, ich weiß nicht, das ist ein Feeling, was ich immer sage, muss man erlebt haben. Das ist, äh... Aber... Das ist überwältigend. Was fehlt uns? Money, money, money. Ja, ja. Und das Coole ist, wir haben hier einen eigenen Yakuza, keine Ahnung, Whirlpool. Ey, das ist ja auch mal der Hammer. Und weißt du, was die meisten unserer Zuschauer jetzt sagen werden? Ja, ja, ihr kommt da rein, weil ihr Pressekarten habt. Nee, ihr kommt alle da rein. Genau das. Ihr müsst euch nur anstellen und dann müsst ihr euch wahrscheinlich vorne nochmal ganz kurz registrieren mit eurem Namen. Dann kommt ihr alle nämlich hier hoch. Das ist das Schöne, nämlich hier in der Boot. Wir kommen nur rein, ein bisschen früher, aber haben aber auch keine Vorteile, weil Leute, wir sind Olivers Reisen. Wir sind irgendwie nicht abgehoben. Wir sind kein Verlag mit 300 Millionen Zuschauern, sondern wir sind einfach nur ganz normale Leute, wie ihr es auch seid. Und ich würde sagen, wir gehen mal die Treppe runter und ich zeige euch mal den Schlafbereich. Dazu müssen wir mal ganz runter, Leute. Guck mal, hier kann man auch ein Dach zumachen. Ja, das kann man auch alles zumachen. Ich meine, wir haben ja null Ahnung von sowas, ne? Also muss man ja sagen, aber... Das ist wirklich so. Ich weiß, wie man Schlauchboot aufbläst und wie ein Außenbauer da funktioniert, aber das hier ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Und wir haben hier nämlich auch noch einen Balkon. Wenn wir dann so schön Delfine sehen, irgendwo... Guck, guck, hier kann man auch langgehen. Das ist einfach der Wahnsinn. Und dann gehen wir einfach mal die Treppen runter ins Schlafkammer von Tina und Olli. Nur in meinen Träumen. So viel Geld habe ich gar nicht. Und... Ey, das ist der Hammer. Da ist dieser Teppichboden. Boah, ich schlafe wie auf Wolken, ne? Das ist wie auf Wolken, ja. Und hier haben wir unser erstes Schlafzimmer. Und ich muss sagen, das hätte ich natürlich in Wilma auch gerne. Da ist so viel Platz. Ja. Klar, die Autobahn gehört mir, alle vier Spuren. Ach, Leute, das ist Luxus pur. Also das kann man jetzt verstehen. Das ist der Hammer. Echt. Wo gehst du da hin? Oh Gott, ist das groß. Ich geh in die Dusche. Halleluja. Also hier sind... Keine Ahnung. Es gibt aber wohl auch hier... Guck mal, hier ist noch ein Schlafzimmer. Ja. Hui, das hat auch ein eigenes Badezimmer. Heftig. Okay, das hier hinten sind die Kajüten wahrscheinlich fürs Personal oder so. Das glaube ich eher nicht. Nein, für die Kinder. Für die Kinder oder sowas. Weil das Personal habe ich gesehen, die schlafen ja mal im Maschinenraum. Vorsichtig, ich mach's nicht kaputt. So viel Geld habe ich nicht, wie die Schnur kostet. Das ist ein Bett. Ja, ist okay, lass es um. Ja, ist okay, ich lass es drin. Das ist ein Bett, lass es mir. So viel Geld habe ich ja noch im Konto. So eine Schnur kostet 50 Euro. Was? Ja. Und auch wieder ein Badezimmer. Ey, so stelle ich mir das im Caravan vor. Total der Hammer. Und was hat das mit Camping zu tun? Nichts, liebe Freunde, ganz klar. Okay, ich habe was gefunden, was hier so ist, wie beim Camping auch. Die haben auch Bodenklappen, guck. Ah ja, das stimmt, Bodentanks, ja. Oh, das ist dann wohl das Hauptschlafzimmer, oder? Das muss das Hauptschlafzimmer sein, ja. Halleluja. Ein kleiner LED-Fernseher. So ganz klein, minimal. Würde ich mir so ein bisschen größer wünschen. Also Hammer. Also schon geil. Yes, das, Maria. Nur würde ich hier nicht schlafen. Wie gesagt, ich würde immer nur über der Reling nehmen. Ah, die haben Stabilisatoren heutzutage drin. Das merkt du gar nicht. Das war auf diesem Riesen-Luxus-Dampfer damals nicht so. Das ist schon 30 Jahre, du bist alt. Und das ist das Hauptbadezimmer, Leute. Das ist das Hauptbadezimmer. Guck, geht das mal an, ist das nicht geil? Ja, das ist geil. Komm mal rein. Oh, hier ist es ein bisschen jetzt am Flackern, tut mir leid. Das ist das LED-Licht. Ach so geht das nicht. Da kann ich jetzt momentan nichts machen. Ich komme da nicht rein. Und du sagst immer, wir haben nicht den Gap-Beutel dafür. Wir machen das kaputt. Nee, wir machen das jetzt auch nicht. Vielleicht ist es ja abgeschlossen. Ich weiß nicht. Lass es einfach. Ich habe da Angst, dass da irgendwas abbricht. Und wir haben hier nämlich noch eine Toilette. Ah, die geht. Oh, die ist ja mal groß. Alter, da würde ich ja stundenlang ausharren. Laptop nebendran, Musik hören, Zeitung. Lass dir Zeit. Also typisch Mann. Blick auf das Meer. So stelle ich mir Urlaub vor. Und jetzt sitze ich hier vorne. Ja, das Boot fährt mit Autopilot. Und ich kann über die Regeln gucken. Und da seht ihr mal, wie es da runter geht. Ist schon heftig. Und jetzt sehen wir mal, für die Mannschaft, haben wir hier hinten nämlich auch noch einen Raum. Und es ist leider so, was oben luxuriös ist, ist halt für die Mannschaft nicht so seriös. Der eine liegt oben, der andere liegt unten. Kennen wir aus dem Schlafzimmer. Und haben hier Wäsche zu machen. Und, dass ihr mal ja seht, das hier ist ein Maschinenbruch. Maschinenraum. Ja, das ist der Hammer. Und, also da steckt echt Leistung drin. Das sind halt dann so ein paar kleinere, aber die kosten natürlich auch richtig. Und wir haben gerade gelernt, das ist ein Bootssharing. Man kann diese Boote nämlich dann im Endeffekt sich teilen, wie auch immer. Ja, allein, keine Ahnung. Aber unbezahlbar für uns. Und wieder habe ich dieses Feeling, was ich auf der Boots so liebe. Daneben stehen und zu bestaunen, wie groß das alles ist. Ich finde es geil. Ja, aber du musst nur vorstellen, da geht noch die Hälfte nach unten. Das sieht man ja gar nicht. Eben, deswegen. Das ist es ja. Ich meine, auch wenn es im Wasser liegt, ist das schon gigantisch. Aber wenn man, selbst wo wir jetzt stehen, der Kiel, der ist ja noch da unten. Den seht ihr ja gar nicht. Ja. Und ich würde sagen, 70 Prozent haben wir jetzt ausgegeben vom Akku an Halle 6. Und. Eigentlich nur an die zwei größten Yachten. Ja, würde sagen, gehen wir einfach nochmal hier durch, dass ihr mal so ein bisschen Feeling bekommt. Go future, go faster, keine Ahnung. Wir gehen gerade in die falsche Richtung. Gehen wir? Wir waren nämlich da hinten noch nicht. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal links. Wir gehen jetzt nach links, genau. Genau. Also hier gibt es auch kleinere Boote. Nennt man es Boote oder nennt man es schon Schiffe? Schiffe. Ja. Yachten. Yachten, genau. Yacht, man nennt es Yacht. Genau. Und. Selbst die Namen sagen uns ja nichts. Wir huschen nochmal ganz kurz die Treppe hoch. Guck mal, wie exklusiv das ist, Leute. Das ist die Boote 2023 hier in Düsseldorf. Mega. Und man muss immer wieder sagen, wenn man es so drumherum mal sieht, der Aufbau gegenüber dem Caravansalon ist gigantisch. Ja, das ist wohlbar. Was die hier hin machen müssen, aufbauen müssen und so weiter. Ich muss sagen, der Caravansalon ist aber auch immer richtig gut aufgebaut. Selbstverständlich, aber ist ja ein ganz anderes. Ist eine ganz andere Liga. Ja, also ich denke mal, dass ich hier mindestens eine Wartezeit habe von zehn Jahren. Alleine, schau dir mal diese Treppe an. Ja, ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich schwenke mal die Kamera. So, schaut euch mal diese Treppe an. Hier sind wir bei Princess. Ich glaube, der Name sagt sogar tatsächlich jeden was. Da habe ich mal vor drei Jahren darüber ein Boot gefilmt auf dem YouTube-Kanal. Müsste irgendwo noch da sein. Und wir waren auf der Princess. Also so manchem ist dieser Name tatsächlich auch geläufig. Hier gibt es auch Gäste, die wirklich nur dafür eingeladen werden, um sich so ein Schiff anzugucken. Es gibt auch einen extra Wartebereich dafür. Und alles hier ist richtig exklusiv. So, nun gehen wir mal auf diese Princess drauf. Und die sind irgendwie alle immer gleich aufgebaut. Man kommt von hinten immer als allererstes ins Wohnzimmer. Allein die Küche ist ja schon gigantisch. Jetzt haben wir zwar die falsche Aussicht. Normalerweise seht ihr dann aufs Meer. Und immer die Aussicht nach draußen. Klar, so sind die aufgebaut. Das Badezimmer. Wow. Mit einer großen Schiebetür. Und jetzt bin ich gespannt, kann man durch das Bad durchgehen? Nee, kann man nicht. So, ich sitze an dem Steuerstand. Und mein Mann steht da draußen, was auch immer er da tut. Jetzt kommt er. Hallo, jetzt wird er wieder stehen. Er ist mit seinem Handy beschäftigt. Das könnte dauern. Was auch immer die Knöpfe alle da sind. Mein Mann könnte es beantworten. Ich nicht. Und wir sind jetzt in Halle 5. Die Boote sind jetzt alle entpackt. Die letzten Folien wurden entfernt. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie das hier aussieht. Hier haben wir dann so Mega-Rips. Die sind richtig, richtig groß. Willkommen, liebe Zuschauer, in Halle 1. Und hier sind auch schöne Boote. Kleine Boote. Okay, das nennt man jetzt dann nicht mehr Yachten. Das ist eine Yacht. Tut mir leid. Wenn ich das sehe, ist das definitiv eine Yacht. Für uns ist das alles gigantisch. Das sieht so eine Art B-Liner aus. Denke ich mal. Ich kenn's nicht so richtig, aber ist okay. Und wir sind in der Halle 9, liebe Leute. In der Halle 9 sind wir. Und sind jetzt an dem Stand von Zar. Ja, so sieht's aus von oben. Die Boote 2023. Hammer, Hammer, Hammer. Ja, Halle 7. Muss ich nur dazu sagen. Kunst, Malerei, Schmuck. Ist nicht unsere Halle. Ist nicht unsere Halle. Deswegen, wir gehen jetzt weiter. Und wir sind jetzt in der Halle Nummer 17. Da waren wir noch nicht. Und hier dreht sich nämlich alles. Wassersport. Wassersport? Ja. So, wir befinden uns jetzt in Halle 16. Und ja, hier dreht sich alles ums Thema Segeln. Segeljachten in jeder Größe, in jeder Variation. Klein, groß. Nichts für unseren Gelbeutel, aber dennoch furchtbar interessant. Natürlich alle ohne die entsprechenden Segel dran. Das würde hier doch den Rahmen sprengen. Zu hoch ist das Dach wahrscheinlich gar nicht. Wir befinden uns jetzt in Halle 15. Und hier dreht sich nach wie vor alles ums Segeln. Hier bekommt ihr auch Informationen über Bootsführerschein in der Richtung und so weiter. So, jetzt befinden wir uns in der Halle 11. Hier dreht sich alles um den Verkauf. Nein, wir finden hier nicht nur Jacuzzi, Whirlpool und weiß ich nicht was. Hier findet ihr alles über Betten. Hier findet ihr die passenden Seile, Anker, Kleidung. Also, zum Thema Boot findet ihr hier wirklich alles, was ihr braucht. Hier das Reinigungsmaterial natürlich. Auch so ein Boot, eine Yacht, also der Gummi und so weiter. Weil alles gereinigt und gepflegt werden. So, wir sind in Halle 10. Messe-Rundgang auf der Boot 2023. Hier dreht sich alles um Zubehör, Motoren und so weiter. Alternative Antriebssysteme habe ich hier auch schon gesehen, die mit Vibrationen laufen. Schwimmwesten, ja, alles was man halt so braucht rund um den Bootsbereich. Liebe Zuschauer, wir sind noch in Halle 10 und ich war die ganze Zeit auf der Suche. Gibt es was für Caravanen und für Wohnmobile? Und ja, ich habe es gefunden. Hier ist nämlich EcoFlow und die haben ein paar brandheiße Produkte mitgebracht. Wir haben hier die EcoFlow Delta 2. Die kann man nämlich zusammenschließen mit einem Zusatzakku. Sieht man hier und kann die dann praktisch erweitern. Und was wir hier haben, was bald auf den Markt kommt im Frühjahr, ist die Wave 2. Das ist eine mobile Klimaanlage und die macht richtig kühl. Die soll im Frühjahr rauskommen. Und dann haben wir hier noch ganz neu, habe ich euch vorgestellt auf der CMT, die Kühltruhe mit dem Ice Maker. Mega geil. Was ich euch noch zeigen möchte, wir haben hier die EcoFlow River 2 Pro. Die kommt demnächst bei mir auf meinem Channel. Das ist die Max, die habe ich euch schon vorgestellt. Das ist die kleine EcoFlow River. Und wir haben auch so ein Modell, das funktioniert dann mit Gas oder Benzin. Aber was richtig cool ist, was zukunftsweisend ist, muss ich sagen, diese EcoFlow Power Kits. Und zwar, wir haben hier einen Hub, wo wir dreimal Solar anschließen können. Ja, also das ist der Hammer. Wir können hier eine Batterie anschließen, wir können zwei Batterien anschließen, wir können drei Batterien anschließen. Das sind die kleinen Batterien. Und ich wechsle gerade mal kurz in View. Und hier ist die große Batterie, die hat 5 kW. Mega. Und das hier sind 2 kW, wenn mich das alles täuscht. Wir haben hier auch automatisch den DC-Verteilerkasten und Monitor und, und, und. Dass ihr das Ganze mal seht, das ist zukunftsweisend, das könnt ihr euch anstatt der Lithium-Batterien in euer Wohnmobil einbauen. Ich finde es zukunftsweisend definitiv. Oder gehen Sie mal rüber. Oder gehen Sie mal rüber. Das ist Caracat 76. Und Leute, ich kann euch sagen, hier habt ihr Wohnwagenfeeling und Yachtfeeling in einem. Ihr habt einen Schnitt vom Wohnwagen, aber ist so edel wie eine Yacht. Also stell dir mal vor, du hängst das hinten an das Wohnmobil dran, weil ist ja möglich. Ja, und zwar haben wir die Besonderheit, dass wir hier ein Schlafzimmer haben. Wir haben hier vorne einen Steuerstand. Wir haben hier eine schöne Couch mit Tisch, kann man umbauen als Bett. Wir haben hier eine schöne Küche und die ist groß. Wir haben hier echt Arbeitsfläche, das ist der Hammer. Ja, auch ein großes Spülbecken haben wir hier und es ist mal richtig, richtig robust, muss ich wirklich sagen. Viel Staufläche, Spülmaschine, Induktion, haben hier eine Mikrowelle. Ein großes Eisfach von Dometic mit doppeltem Anschlag, genauso wie mit dem Kühlschrank auch. Und hier unten, wie bei den anderen Modellen auch, haben wir hier eine Geschirrspülmaschine. Das ist mein absolutes Highlight, aber auch hier durchdacht haben wir dann ganz schön einen Apothekerschrank. Finde ich immer wieder toll, gerade für Verstau-Möglichkeiten. Haben hier vorne eine kleine Reling, wo wir dann im Endeffekt stehen können, ein bisschen genießen können und können uns treiben lassen. Ich finde es einfach schön. Haben aber auch die Möglichkeit, dann hier hoch zu gehen und haben dann hier oben, ich gehe mal ganz kurz, zwei Dinger hoch. Und da haben wir dann eine schöne Dachterrasse, die ist jetzt natürlich ohne Stühle, ohne alles, ganz klar. Aber auch hier habt ihr dann Nutzfläche, wo ihr dann bei schönem Wetter einfach die Sonne genießen könnt. Den Sonnenuntergang oder Aufgang und ich finde es einfach geil. Wir haben hier eine Nasszelle, die sieht so aus. Ich finde es richtig edel. Also einfach total schön. Haben hier Waschbecken, Spiegel und haben hier auf der Seite abgeschlossen. Ganz wichtig natürlich die Toilette. Erinnert mich so ein bisschen an so eine Edelmarke von einem Wohnmobil, habe ich schon mal gesehen, auf dem Caravansalon dieses Jahr. So ungefähr ist dieses Fahrzeug aufgebaut, dieses Schiff oder dieses Boot. Und hier haben wir dann ein Schlafzimmer. Und das Besondere an diesem Schlafzimmer. Wir haben hier ein Queensbett. Leute, das ist der Hammer. Stellt euch vor, ihr seid jetzt irgendwo in Holland und seid irgendwo geankert, steht morgens auf und habt dann diesen Blick hier nach draußen. Stellt euch vor, hier ist der Sonnenaufgang, das Meer oder auch der Fluss. Einfach nur genial. Und das Schöne ist, wir haben hier auch einen Elektromotor und wir fahren hier auch dann im Endeffekt mit erneuerbaren Energien. Solar ist auf dem Dach. Was bedeutet, die Batterien werden ständig aufgeladen und Reichweite des Motors, kann ich euch jetzt sagen. Aber auch dieses Fahrzeug ist definitiv auf Verbrenner umbaubar. Und also ich finde es richtig, richtig cool. Also das Fahrzeug hier ist der Hammer. So, ihr Lieben, das war mal ein kompletter Messerundgang auf der Boot im Schnelldurchlauf für uns. Das war Hammer, Hammer, noch nie geschafft. Aber nur weil wir früher rein durften, konnten wir auch wirklich die Hallen eigentlich erkunden. Und weil wir nicht so explizit nach jeder Kleinigkeit geguckt haben. Weil halt nicht jedes Thema, mit dem können wir nichts anfangen. Wir können darüber nicht wirklich berichten. Wir haben zwar schon Ahnung vom Boot, aber das hier ist ja so intensiv, was du hier alles wissen müsstest. Die ganzen Sparten, das können wir nicht alles auffangen. Genau. Und falls ihr noch Interesse habt auf unserem Instagram-Kanal, könnt ihr einfach auf den Button unten klicken. Seht ihr auch mal so ein paar Videos, die wir live aufgenommen haben. Die gehen schon ein paar Minuten mal so als anderer Messerundgang auch mal sehr interessant vielleicht für euch. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach zu unserem Wohnmobil zurück, zu Wilma. Also, ja. Und wir sagen noch, wie gesagt, auch wenn ihr nichts mit Boot anfangen könnt, kommt hier hin, schaut euch das einfach mal an. Es ist eine Reise wert. Absolut. Es muss nicht immer ein Freizeitpark sein. Das hier ist echt sehenswert und voll interessant. Und auch für Kinder. Kinder können hier segeln. Kinder können hier, wie nennt sich das, dieses Teil mit diesem... Kajakfahren. Ach, was weiß ich. Also alles mit Wasser. Ihr könnt hier tauchen, ja. Ja. Es ist so geil. Und auch die finden die Yachten um Boote interessant. Also, je nach Alter. Ihr kommt überall rein. In jedes Boot kommt ihr rein. Das ist der Hammer. Klar, Schuhe ausziehen, ja. Aber, ähm... Also, keine Löscher in den Socken. Ne? Jetzt hab ich Scheid. Keine Stinke Socken. Ganz wichtig. Genau. Und, ähm, naja. Auf alle Fälle... Wir sagen jetzt... Ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Dann passt ja kein neues Video mehr. Und wir schwimmen jetzt einfach mal zurück mit dem Messebus an Wilma. Tschüssi. Tschüss.